Hallo, ich bin Teresa und unterwegs in Umbrien mit Lemath. Ich habe schon eine sehr erholsame Woche meiner Ferien in Borgo Colote verbracht. Ein kleines Dörfchen mitten im Wald in der Nähe von Perugia. Nun hat mir Lemath einen weiteren geheimnisvollen Ort in Umbrien vorgeschlagen. Kanada, ein kleines Dorf in der Nähe von Assisi. Dort lebt man das einfache und spezielle Alltagsleben eines kleinen italienischen Dorfes. Zu dieser Zeit wird auch das Osterfest gefeiert. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich frage Antonio von meinem Hostel Tana Libera Tutti nach der Bedeutung des Festes und er sagt, dass sich hier einfach das ganze Dorf trifft. Bei meiner Ankunft im Hostel kommt es mir so vor, als werde ich vom ganzen Dorf willkommen geheißen. Obwohl das Hostel Tana Libera Tutti ein Kloster war, ist der Zugang kinderleicht. Hier wurde wirklich an alles gedacht, es gibt keinerlei Barriere. Ich finde schnell Kontakt zu den anderen Hotelgästen. Beim Frühstück lerne ich diese fröhliche Familie aus Mailand kennen. Wir verbringen zusammen den Tag im Dorf. Wir gehen in die Bar, zur Osterprozession und zum Konzert im Museumsgarten. Musik 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 Ich fühle mich im ganzen Dorf zu Hause, als ob das Hotel und das Dorf zusammengehören. Musik Es gibt immer jemanden, den man treffen und ansprechen kann. Im Hotel lädt eine Bibliothek voller Reiseliteratur dazu ein, sich auf eine fantasievolle Reise zu begeben. A Canara il Sindaco abre le porte a tutto il mondo. Man kann aber auch mit dem Fahrrad die Umgebung erkunden und umgeben von einer leichten Hügellandschaft gemächlich durch das fruchtbare Umbra-Tal fahren. Hier findet sich auch der Monte Subasio mit Assisi, Spello, Monte Falco, Bevagna und Spoleto. Musik Am letzten Tag laden uns die Leute vom Hostel zu einem Ausflug nach Colemancho ein. Auf dem Gipfel dieses Hügels finden wir die Überreste einer römischen Siedlung. Wir erfahren, dass ursprünglich dort das eindrucksvolle Mosaik gefunden wurde, das nun im Museum von Canara ausgestellt ist. Es war sehr bewegend, die Leute kennenzulernen, die hier arbeiten. Mir fällt der Abschied schwer von Mariana, Maddalena, Antonio, Francesco und Sonja. Aber ich bin froh, dass ich diese neue Art des Reisens kennenlernen durfte und ich freue mich schon jetzt auf meine nächste Reise mit LEMAT. Bei Geisens Weil ich wiederum machen, dass ich Leute zu dir deswegen habe ich jetzt auf meine R vẫn. Und ich bin froh, dass ich jetzt auf meine Reise mit LEMAT. Vielen Dank.